Und nun möchte ich jemanden Freiwilligen zu mir auf die Bühne bitten. Jemand, der mit seinem Auto kommt. Ja, Sie bitte. Ah, Mr. Knight. Ich muss Ihnen sagen, dass dieser Gentleman und ich uns heute schon mal begegnet sind, aber er gehört in keiner Weise zu meiner Nummer. Das kann man wohl sagen. In Wirklichkeit ist er selbst so eine Art Zauberer. Okay, Kumpel, dein Auftritt. Und nun, Mr. Knight, möchte ich Sie bitten, sich davon zu überzeugen, dass der Wagen leer und die Türen verschlossen sind. Er ist leer und die Türen sind verschlossen. Ja, treten Sie jetzt bitte zur Seite. Was suchst du denn hier? Austin dachte, es wäre witzig, wenn ich dabei wäre. Wir werden ja sehen, ob er nach Kitts Analyse immer noch lacht. Sehen Sie genau hin, meine Herrschaften, damit Ihnen nichts entgeht. Applaus Sehr peinlich. Hat dein Scanner mitbekommen, wie der Trick geht? Ich fürchte, nein. Danke. Das bringt uns nicht weiter, Ian. Das sind alle seriöse Firmen und Sie haben gegen alle Ihr Veto eingelegt. Mit gutem Grund. Sehen Sie, hier ist meine Liste. Ja, fast jeder in der Geschäftswelt weiß, dass dies alles inaktive Gesellschaften sind. Die nichts produzieren, gar nichts. Sie meinen das sicher nicht ernst. Oh, sicher tue ich das. Ich erhalte ein ansehnliches Honorar dafür, wenn ich 40 von den 50 Millionen an Sie vergebe. Sie unterschlagen 10 Millionen Dollar. Meinen Sie etwa? Hier drin ist ein Revolver, Devin. Wenn ich meine Hand vom Griff löse, dann geht er los. Verstanden? Was wollen Sie? Lassen Sie Asi was holen. Reginald? Holen Sie doch bitte die Rick Electronics Akte aus meinem Büro. Sie liegt da auf meinem Schreibtisch. Na klar, Boss. Macht es euch so lange gemütlich. Ich bin gleich wieder zurück. Ich bin gleich wieder zurück. Hast du was gesehen, Kit? Ich habe die Todesfalle in dem Augenblick anvisiert, als Templeton sich drauf legte. Leider ergab sich dasselbe Problem wie mit dem Tiger. Ist gar keine Anzeige auf dem Scanner? So ist es. Aus irgendeinem Grund sind meine Systeme gestürmt. Und dann die Richtung. Ja, bringe ich ihn sofort. Einen Moment. Wir hauen ab, Kumpel, und treffen uns mit Bonny, um deinen Scanner durchzuchecken. Nein, Simba! Nein, zurück! Zurück! Kommen Sie schnell! Kommen Sie schnell! Hier kommt Knight Rider. Ein Auto. Cool.